Vielleicht sind da einige Dinge, die ganz neu sind für dich. Ja, es könnten ein paar neue Dinge sein. Aber ich möchte dir sagen, es ist nicht neu. Es ist nicht neu. Gott tut große, gute Dinge. Also, wenn es neu ist für dich, dann geh nicht einfach, sondern frage. Renn nicht einfach weg, sondern stell Fragen, damit wir es dir erklären können. Der Tag, in einer Zeit, als ich noch kein wiedergeborener Christ war, als ich Leute gesehen habe, die in Zungen gesprochen haben, dann war ich sauer genug. Ich sagte, ihr mit den bösen Geistern geht. Ich wollte sie nicht hören, ich wollte sie nicht sehen. Bis ich wiedergeboren war. Und ich dachte nur, wow. Und als ich in Zungen sprach, stellte ich fest, wow, es ist gut. Und dann kam ein anderes Wunsch. Und wenn jemand anfängt zu prophezeien, dann dachte ich nur, ich kann Gott dich hören. Wie kann er nur so reden? Bis ich mich selbst weiterentwickelt habe. Wenn du noch nicht auf dieser Ebene bist, dann verdammt nicht die Person, die auf dieser Ebene bist. Bete, dass Gott dich auf diese Ebene bringt. Darum müssen wir das Reichweite suchen. Dann können wir wachsen. und wachsen, und wachsen, und wachsen, und wachsen. Ich bin so wachsen. Ich möchte ein bisschen auf der Ebene sein. Amen. Ich möchte, dass ihr in der Bedeutung wachsen, in der Bedeutung, in der Bedeutung, in der Bedeutung, in der Bedeutung. Und ich möchte, dass wir die, um, und auf und auf und auf und auf. So, jetzt, wir müssen unsere Offerung nehmen.